keine ahnung aber wie gesagt ich glaube dass wir hier echt nicht richtig sind wir hätten die hier oben alle gar nicht umhauen müssen es ist jetzt auch nicht so dass ich das bereue oder so aber wir hätten halt unten weiter bleiben müssen standard ich auch irgendwas von reinschleichen oder so lol hallo ich sag hallo okay gehen wir mal zurück und gucken mal ob wir da noch irgendwie was finden finden wir zum beispiel eine goldader hier finden wir nichts ach ja und wir wollten noch mal ganz kurz gucken ob wir den auch die luft magie vielleicht hier lernen können magie luft luft da meister ne 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 sechste sinn auch denke ich nicht haben wir eh nicht genug könnten wir uns natürlich jetzt noch mal an die höhle anschauen wenn wir wollten Wir müssen es zu 3, aber keine Ahnung, wie man hinkommt. Eingang, Durchgang, 2 ist ein Teleporter. Schalter für Durchgang 2, den haben wir doch gemacht. Hä? Der sich mit einem Klick durch den Boden öffnet. Hier steht es. Schatzraum, der sich mit einem Klick auf dem Boden öffnet. Da waren wir ja gerade eben. Äh, na gut, wir kümmern uns erstmal kurz darum jetzt. Da kommen wir her, okay, okay. Kurz mal einen Überblick schaffen. Also da ist der Schalter, den haben wir ja gemacht. Den Schalter haben wir. Ich würde halt gerne wissen, wie wir das jetzt eröffnen, ne? Wahrscheinlich nur mit einem Sprung. Das können wir auch irgendwie mit einem Sprung wahrscheinlich machen. Guck mal, hier den Schalter. Den haben wir doch aktiviert. Den haben wir gemacht. Das ist ja hier. Das ist jetzt Schalter, den wir gerade in dem Bild gesehen hatten. Und nun soll hier oben irgendwas frei sein. Hier. Ah, okay, 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 okay. Und davon sind doch jetzt zwei Fallen oder so. Kann ich hier wieder raus? Ich bin hier wieder raus. Leck mir den Arsch. Äh, okay, okay. Jetzt nochmal in Ruhe. Und hier kommen wir ab. Das wäre jetzt ein. Habe ich noch? Ein Fall magisches Auge habe ich noch da, ne? Äh, weil gleich brauchen wir auf jeden Fall da ja ein bisschen was. So, und davon ist jetzt einer verkehrt. Alles klar. Äh, Seemagiermeister haben wir ja schon. Dann machen wir jetzt noch einen auf Geistermagie hier. Und noch einen. Ich glaube, dass wir da noch einen hoch müssen, auf jeden Fall. Äh, hier machen wir Alchemie lassen wir noch. Obwohl sind wir schon Meister, ne? Können wir da überhaupt? Können da auch Großmeister werden. Feuermagie-Experte. Müssen wir aber auch machen. Das ist wichtig. Äh, und du könntest noch ein bisschen besser in Axt werden, bin ich ehrlich. Der Fähigkeitswert wird zum Schaden addiert. Okay. Guck mal. So sehen wir doch schon wieder ganz gut aus. Dann, mal speichern. Dann, jetzt komplett Vollwaffen. Das Buch müssen wir rein. Was haben wir jetzt? Gut. Äh, habt ihr noch überall Regeneration drauf? Oh, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Das langt uns nicht. Äh. Auf jeden Fall auf die Regeneration. Der Rest ist erstmal egal. F-Speichern und jetzt mal gucken, was hier der bringt. Gut. Aha. Also wenn wir hier. Alles klar. Äh. Äh. Kommen wir denn immer in den gleichen Bereich? Dann sind wir auch hier. Einzige ist also der Richtige hier. Ich sehe noch nichts Böses. Ja. Wir hätten nochmal, ähm. Sag schnell. Magie, äh. Schutz vor Magie anmachen können. Schutz vor Magie. Ja. Geil. Jetzt fallen. Aber die, die werden runterfallen. Die sind nicht so schwer. Du siehst das ja jetzt schon grün. Äh. Dann machen wir uns jetzt hier noch ein. Äh. Fiedervoll rein. Und dann gehen wir hier auf die Truhe. Hab's schon. Brief von Gavin Magnus. Wem soll das denn nützen? Säurestrahl. Wem soll das denn nützen? Hellentum. Okay. Äh. Inventar. Von Magnus, Alter. Botschaft of Right. Es ist äußerst wichtig, dass ihr mit den neuen Herren von Harmondel sprecht. Ich hoffe ihr inbrünstigt, dass sie diesen Wahn zwischen König Catering und König Ältrich beenden können. Lorenz Diel, der Überbringer dieser Nachricht, kann euch weitere Informationen geben. Falls dieser Krieg andauert, wird er es nur Archivalstellung verstärken. Mhm. Sind da noch irgendwie die Truhe? Die Nummer öffnen. Ist klar. Äh. Das einzige, was alle erkennen können, ist dieser Kackknüppel, ne? Auch lustig. Wie geht? Ist gar nicht so lustig. Keine Ahnung. Ich habe keinen Platz. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Nice, 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 nice. Okay, und dahinter müsste doch jetzt das... Das ist doch das Gefängnis jetzt. Ja, da oben. Seht ihr das schon. Da kommt wer hier da hinten. Ja. 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 Das ist auch so ein Typ, der uns wieder one-headed. Er hat mich fertig gemacht vorhin. Das ist wie eine Heugabe hier. Wem soll das denn nützen? Das wird als Dreizeit bezeichnet. Das ist doch eine Heugabel. Schreib das doch hin. Ganz klar. Hier oben wird ja, denke ich mal, guck mal, Federfall ist sogar noch aktiv. Hier oben wird ja, denke ich mal, das Verlies sein. Ist verschlossen. Ist verschlossen, Alter. Ich muss den Schlüssel noch finden. Okay. Federfall ist noch aktiv. Bäm. Okay, dann wird das ja hier irgendwo sein. Äh. Von wo bekomme ich jetzt den Schlüssel? Habe ich den Schlüssel schon? Warum kann ich es jetzt nicht... Hä? Wie kacke ist das jetzt? Komme ich da jetzt rein? Wir brauchen den Schlüssel. Verschlossen. Dies, hey, die, hey, da ist abgeschlossen. Verschlossen. Das ist jetzt aber nicht so cool. Kann das sein, dass ich doch erst in diese komische Schatzkammer kommen muss? Entweder befreit Lorenz-Ziel aus dem... Äh... Freut man den Gefallenen Lorenz-Ziel besucht, dann den König, wird man für ein Jahr ins Gefängnis geworfen. Aha. Und da muss ich auch noch hin. Sonst steht den Schatzelfen aus dem Kessel und... Verbrauchst. Liegt der Schatten für den schwarzen Ritter. Ähm... Kann hier denn nicht mal stehen, wie wir jetzt an den Schlüssel kommen? Das... Steht hier nämlich jetzt gar nicht. Oder habe ich hier irgendwas nicht gelootet? Alle Truhen aufgemacht. Habt die Truhe aufgemacht. Die alle gelootet. Ich wüsste nicht... Warte mal, wir müssen uns den Brief nochmal durchlesen, vielleicht. Ne, ist der falsche? Ja. Nee. Der andere vielleicht doch. Im Gefängnis noch sicher zu machen. Es ist uns gelungen, einige würden zu fangen vor. Vergesst nie, sie gut zu füttern. Jaja, nördlich können wir keine Verantwortung für eurem Leben oder Männer übernehmen. Unsere Aufgaben war es, lediglich die Konstruktion des Gefängnisses zu bewachen. Und Geschandtsratungen zu Fluch minimieren. Wo finde ich jetzt den Schlüssel? Also ehrlich jetzt... Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Schlüssel finde. Clank Slip? Was ist das? Raum der magischen Verteidigung? Das ist ja irgendwas anderes. Alchemist-Skill plus 15, wow. Das ist jetzt nicht so schön. Oder ist der irgendwie ein Schalter? Oder war ich zu langsam? Und... Verschlossen. Er ist hier gar nicht mehr. Verschlossen. 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 Hier ist längst wo was. Das finde ich jetzt echt nicht so gut gerade. Also ich sehe halt auch einfach nichts. Ich habe doch alles gemacht, oder nicht? Und jetzt fehlt mir der Schlüssel. Müssen wir doch mal ein bisschen größer forschen, denke ich. So, die Aufgabe ist ja... Königin... Entweder befreit man Lone Steel. Dann machen wir das hier. Kopieren wir das. Machen... Might and... Magic. Was ist das Spiel? Lone Steel. Befreien. Guck erst mal so. Nicht, dass ich auf komische Seiten jetzt lande. Da. Das ist doch hier ganz gut. Da muss ich erhöhen. Ja, 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 ja. Die Zettel mit... Sonstil. Eine Säule nach unten fahren. Teleporter. Hebel öffnen. Werden sechs. Über Schlucht laufen. Ja, 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 ja. Wenn ihr das finden, bemerkt ihr vor Säulen, dann springt ihr auf die andere Säule und fahrt mit dieser nach unten. Verlasst den Raum durch den größeren Tür im Osten und vorgemächsten Bereich. Die Sträge nach oben. Ihr landet so vor dem Gitter, das ihr anklickt. Der gesuchte Lone Steel spricht mit euch. Spricht euch an. Und bittet euch, nach R zu springen. Ja, aber ich habe ja den Schlüssel nicht. Gleich zu Beginn springt ihr über, finde ich, die Säulenseite Schlucht, wo ihr die große Tür öffnet, die aussieht wie eine Mauer. Folgt dort den Tunnelgang bis vor den nächsten Amkurs. Haltet euch hier in der Mitte und läuft einfach vor. Drücke unter anderem. Dort geht eine linke Steintreppe nach oben und großen Bereich, den ihr betätigt. Steigt die Steintreppe zurück, dann unter den Bereich und folgt den Gang, der weiter nach Osten führt. Aber wo ist der Schlüssel? Schaffte Pläne. Oder geht das jetzt vielleicht gar nicht mehr? Weil ich vor mit den Elfen geschnackt habe. Flüssel. Ja, da steht halt alles mit. Ja, nee, da kann es nicht sein. Kann ich nur noch befreien, wenn ich vor den falschen Lohren abgegeben habe. Irgendwie bekomme ich nämlich die Tür zum Kerker nicht auf. Du kannst ihn gerne befreien, wenn du willst und nicht ihn anschließend auf den grünen Hügel von lassen. Er wird deinen Verrat nicht mehr aufdecken. Aber bei der Tür bin ich nicht so sicher. Ich suche nach einem Schalter oder einem Mechanismus. Glaube ich, dass es geht immerhin. Kannst du mit den Seitenlohn nichts anfangen. Ich kann irren, aber ich glaube, ich habe mir vorhin einen Hügel eindeutig freigelassen. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen doof, wenn das jetzt nicht mehr geht. Ja. Ach ja, ich denke, der gute Lohren beherrscht Teleport, um an der Stelle zu sein, bei dem man zuerst auftaucht. Komme ich zuerst am Kerker an, dann finde ich ihn da. Bekomme ich ihn, aber keinen zweiten. Beim Elfenkönig hätte er. Bin ich zuerst beim Elfenkönig, dann bekomme ich ihn bei ihm. Aber dann ist seine Zelle leer bzw. schlossen. Das schaffe ich jetzt nicht, zwei Mal zu bekommen. Ist aber auch egal. Auch Lohren. Ist der falsche Lohren. Aha. Hä, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, was hier steht. Hm. Ich glaube, dass ich das nicht mehr machen kann. Sobald ich ihn befreit, äh, den Elfenkönig zuerst angeschnackt hab. Ey, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber echt nicht so nice. Habe ich keinen Bock, das nochmal alles zu machen. was ist das denn? Zwergen, ein Hügelgräber, die zweite, Borkade, Krieg, Data, Tartaglia, zu, na, das ist, erstmal sieht das hier ein bisschen komisch aus vom Hintergrund, aber, so, irgendwie ist das nicht so, das ist auch nicht das Richtige. Hm. Das ist jetzt echt doof für mich gelaufen, denke ich mal. Können wir natürlich jetzt nochmal hier so ein Video angucken, wo das irgendjemand gemacht hat. Äh, da. Ne. Ne, 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 ne. Äh, das geht jetzt nicht mehr. Okay, da muss ich es nochmal machen, denke ich mal. Es tut mir leid. Ich habe natürlich auch hier vom Gleis-Schirm vorgespeichert. Aber, pfff. Hm, ich kann ja hier nochmal anfangen. Warte mal, das ist mal ein anderer Speicherstand. Wie weit bin ich denn hier mit dem Paladin gemacht? Aha. Hier Münster und Feinschmied. Aha. Ist dann inzwischen Speicher 2. Haben wir den Drachen. Den mache ich auch nicht nochmal. Muss ich das? Leider... Muss ich den Falschen abgeben. Verschlossen. Das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Dann plündern wir jetzt noch die Kammer. Und dann war es das. Oh, das ärgert mich jetzt aber. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ist das jetzt... Ich habe bisher extra gemacht jetzt dafür. War das doch umsonst. Ich hätte ja komplett nicht reinlaufen müssen. Hätte er direkt zurückgehen können rein theoretisch. Für EPs ist es natürlich nicht schlecht. Äh, aber dennoch. Das ärgert mich jetzt schon. Ist auch irgendwie die einzige Höhle gefüllt, wo ich mich gerade äh, anlassweise auskennen. Nicht, dass jetzt beides verpackt ist, steht mir vor. Boah. Äh, wie ging das denn jetzt? Ich muss durch. Ich bin durch. Ich muss Arzt. Lasst mich Arzt. Ich bin durch. Hä? Was ist das jetzt? Jetzt will das Spiel mich doch komplett ärgern, oder nicht? Was ist das? Es ging noch gerade eben die ganze Zeit. Normalspeed. Okay, man muss es nur mit Normalspeed machen, dann geht's. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal die Falltür da hinten nochmal schauen, ob wir da jetzt wirklich reinkommen oder nicht. aber vielleicht geht das auch erst, ähm, vielleicht geht das ja auch erst sobald wir die Quest dafür haben. Ich habe gelesen, dass es für irgendeinen dunklen Pfad von irgendwas ist und die dann erst mal die Quest dafür braucht, Hm, war mein Internet gerade eben weg? Oder so, kann es sein? Lasst uns abhauen. Gucken wir noch viele im Inventar? Denk mal schon, ne? Ach, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn nützen? Das muss ich mich doch für die blöden Elfen entscheiden. Mal wieder geschlossen. Mal wieder geschlossen, ey. Guten Tag. Äh, irgendwie müsste ich da auch noch irgendwie hin wegen irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr was. Weiß ich echt nicht mehr. warte ich noch mal einen Tag. Sonnenaufgang. was geht jetzt? Es geht jetzt. Es geht da, es geht da bestimmt oben bei der, bei den Pferden geht jetzt die Wüste, ne? Guten Tag. Armondale. Aber geht hier nicht auch irgendwann? Geißer? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Guten Tag. Guten Tag. Los geht ab. Ist doch auch egal. Komm. Rein, abwart. Ach ja, verkaufen wollten wir noch, ne? Machen wir das kurz hier und gucken oben nochmal nach dem Wasser. Guten Tag. Äh, Zauber. Bitte. Guten Tag. Danke. Bis dann. Bis dann. Ja, aber müssen wir uns denn jetzt komplett auf die Seite des, äh, Elfen stellen? Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich hab keine Ahnung. Hallo? Ihr wollt reisen. Jetzt kommen wir in den Forest. Jetzt will das Spiel mich gerade. Hallo? Ihr wollt reisen? Ne, Arena mache ich jetzt nicht. Hallo? Ihr wollt reisen? Es geht zu. Den wollen wir. Jetzt müssen wir hoch zur Festung und die leider komplett anlügen, wirklich. Mahlzeit. Alles Disco hier. Geheimwerk. Sechser Sinn ist ja komplett geil. Eigentlich. Baby. Scheiße. Scheiße. Ein Jahr in Kerker vor. Teutis muss ich in beide Gefängnisse oder was? Wollen die mich verarschen? Lenk mir doch am Arsch. Wollen mich doch alle verarschen hier. Wie ist mein Ruf? Neutral. Er ist so neutral. Ich glaub's nicht. Ich hab da irgendwie komplett alles falsch gemacht. Kasrin steht auf und lächelt. Gute Arbeit. Ihr habt mir wirklich aus einer großen Klemme geholfen. Kasrin wendet sich Loren zu und schüttelt ihm die Hand. Loren, gut, dass wir uns endlich erkennen lernen. Nachdem wir jetzt alle wissen, wer ihr seid, seid ihr mir als Spion wohl nicht mehr viel wert. Doch ihr würdet euch gerne eine Stelle im König, die einen Diplomatenkorps anbieten. Bitte denkt darüber nach und unsere Helden und ich bin euch sehr dankbar für eure Dienste und da konnte schon 5.000 Geil. Okay, jetzt hat es zumindest geklappt. Äh. Aber unser Ruf ist halt jetzt wieder komplett scheiße. Ähm. Das Geisterhaus machen wir jetzt. Besucht den Stein. Drei, das können wir auch nochmal machen. Das ist Geheimnis. Feenhügel. Beschafft euch die Pläne zu Fort Rivers und bringt euch die Schloss Narwan im toleranischen Forest. Das sollen wir halt auch machen. Wählt einen Richter als Nachfolger für Richter. Cray in Harmony. Wir müssen noch einen Richter wählen. Welchen Richter wählen wir? Lass uns mal da ein bisschen informieren, was man da äh nehmen könnte. Was könnte man da so nehmen? Der Licht befindet Ruf, Bruder, Siegelring, Versuchte Zwergen, und Stone City, Beförderungsmission, Mönch, 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 Gorgans, Tropen, um meine Aufgabe zu gelangen, muss man zunächst außerhalb der Asch und alle Goblins. Alle Gobse vernichten und das ist eine harte Arbeit. Ihr müsst alle Goblins auf dem freien Feld getötet werden. Danach müsste man das Fort betreten und die Schalter der Kanonen betätigen, die übernachte Goblins scheint drückend zu sein. Am besten zwischendurch immer wieder in die Stadt Zufluchtsuchen und sich heilen. Das macht so lange, bis alle Goblins so sind. In der Nähe des Eingangs zur Stadt trifft man bei Stone Skin auf einem Mann in einer der Drohnen schloss. Findet man eine Notiz, dass dieser Mann Spion der Goblin ist. Nachdem man den Mann bekämpft hat, zündet man drei Signalfeuern. Armondale an diese Signalfeuern rufen Goblin und seine Truppen herbei, die man nun ebenfalls zünden muss. Bis Goblin findet man dann ein überaus interessantes Schwert. Das machen wir morgen mal. Das machen wir morgen. Da. Findet einen neuen Richter. Ersteigungsaufgabe. Weg des Lichtes oder Schatten. Ungefähr zwei Monate nach dem Beginn des Elfenmenschkriegens stirbt der Richter Cray. Es ist nun deine Aufgabe Neun zu finden. Mit der Entscheidung Wechselrichter man wählt, entscheidet man auf welchem Weg man einsteigt. Des Lichtes Taverne im Barkada Desert oder Schatten Taverne in Danger Moth. Dann bringt man einen neuen Richter ins Arbeiten in House Armondale. Okay. Ich würde gerne diese Förderungs äh diese diese Gorgans Truppenquest gerne machen. Die hört sich ja echt interessant an und da kriege ich ein interessantes Schwert. Ich würde gerne mal jetzt hier Waffen auf dem Schmieden. Keine Ärzte mehr. Haben alle keine Ärzte mehr? Ja. Keiner hat mehr Ärzte. Was ist das für ein Schwert? Das könnte ganz gut sein vielleicht. Ganz nett, aber unnütz. Zwei plus vier, plus fünf. Ne, meins ist halt Blitzes. Alter, das ist halt richtig gut. Alles in die zwei. Ah, das hatte ich noch nicht erkannt. So. Das verkaufen wir dann mal. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Oh, die Hufeisen sind wieder da. Da müssten auch die ganzen Manikens wieder irgendwo da sein, denke ich mal. Oh, nur zwei Hufeisen, wenn ich das richtig sehe. Da ist das dritte. Müssen wir noch Falschen hochmachen. Äh, Meditation müssen wir auch immer noch hochmachen. Feuermeister und Wassermeister müssen wir uns noch machen. Oh, wir haben morgen auf jeden Fall viel zu tun. Ich denke aber auch erstmal, das war es jetzt für heute. Ich denke, das langt auch. Und war zwar kurz, glaube ich, nochmal irgendwie das Streamback. Gar nicht so richtig mitbekommen. Abspeichern. Speichern. Ja, das mit dem hier mit dem mit der Aufgabe da, dass wir jetzt doch für die Elfen entschieden entscheiden mussten. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Das wusste ich aber halt auch einfach nicht. Was ist denn hier oben noch für eine Ach, das ist die Burg? Scheiße. Hat ein bisschen Orientierung verloren. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen scheiße gelaufen. Aber egal. Was ist denn so? Ich denke mal, morgen werde ich wieder da sein. Wie gesagt, immer gerne ein Follow da lassen. Das motiviert auf jeden Fall immer. Muss aber auch nicht. Und ich werde wie gesagt immer die Folgen nach und nach, die ich hier, also hier das gestreamte, werde ich immer nach und nach in Folgen bei YouTube noch hochladen. YouTube-Kanal ist auch unten unter dem Twitch-Kanal verlinkt. Gerne auch mal vorbeischauen. Gut. Und dann auf jeden Fall hoffentlich bis morgen. Und ja, haut rein, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.